Jetzt kümmern wir uns erst mal um diesen dreckigen Dieb, der unseren armen Freund belästigt hat. Dann kümmern wir uns um den Imperator. Damit herzlich willkommen zurück zu... Na denn, auf! Stergen! Nö. Der Weg ist recht eindeutig. Ernteschaden. Wirkliche Formulierung, was auch immer das sein soll. Nö. Gut. So. Okay. 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 So. So. Vielen Dank. Aha. Ja. Nächster Halt von Düsseldorf Hauptbahnhof, klarmäßiger Anruf, 6 Uhr 38, Ausstiegrecht. Warum? Aha. Na gut. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ich hätte so R-Rack zurück. Hört das. Machen wir gern. Ich weiß, es ist hier schon erledigt. Also apropos Quest erledigt, haben wir dann schon den Port-Punkt? Nö, dann den suchen wir noch. Das ist vielleicht dann doch gut. Hallo. So. Ja, das ist super. So. So. ok da habe ich da jetzt noch irgendwas vergessen na gut, na dann gibt es keinen fortpunkt bitte, was ist der Portal? meine Güte ja, ja so oh, ein passiver Punkt super dann kann ich überlegen, ob ich hier weitermache oder da, wahrscheinlich abwechselnd ja na gut also und hier gehen wir nun in die andere Richtung den Imperator töten aber das sollte kein großes Problem sein die obere Mikropole ja, ja 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 und Level 43 das ging schnell ja 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.